ja das habe ich gehört aber ich habe nichts gesagt wenn ich weggegangen kann anrufen ich wollte nur sagen ich bin jetzt weg ok das ist fertig das ist fertig das füllen wir mal über den scheiß hier auf hier der schubel das weiß ich warum ich auf der unten das sensation bei hinsetzen muss da muss ich hin da läuft gerade ganz schön viel kstp zu ich noch nicht ich hätte immer wieder was neues ein hier ja ich bin fertig mit den bäris sitzen ist auch richtig dort noch dann brauche ich noch ganz viele von dem mk5 wunder ja ja das ist toll ach weil meine oma rein kam kannst du mir die dose nur öffnen malackei stell dir doch nichts dran ich kann mich gerade nicht wehren aber bestimmt auch nicht geklopft doch ja ja die hat gerade dreimal geklopft damit ich auf ja sage ich muss erstmal alles ausstellen zack so läuft das läuft das läuft das läuft ja gabe das leck mich doch ehrlich der ist bei mir runter gekommen eben was der hinschnuppe so ja kann sehr so na was kommt da raus Nunja Nunja aí Okay jetzt bei dir ab ein goldnis schlecht kann ich das reiten schön dass es reiten willst aber ich wollte es nicht wissen willst du mal doch immer wieder ja du fettes vieh geh mal weg von dem da bräuchte noch eine eisenpipes bräuchte noch hier eisenpipes und stonepipes brauche ich ich habe mir folgen haben gelassen nein ich musste sonst hätte mein oma immer im lp rumgequatscht kannst du mir die dose öffnen witzig aber auch mal an ja so habe ich jetzt die eisenpipes noch stonepipes obsidianpipes und meine frisse dass ich schnell ouch ouch back hier eben gerade voll rum ach komm wir machen ja auch ein sinn vorsichtshalber da auch noch eins hin so dann ist und ist aber für komisch dass sie zu fliegen ja ich weiß das ruckelt aber auch wozu mal was tot kaputt gestorben hoffentlich das ist nett ich bin nur ein kleines Skelett und so wenn du eine Hölle drin hast ach so also ein Portalraum oh ich schenk dir Mittler ich glaube ich ja genau so kannst du absteigen hast du verstanden wie du absteigst? ja du bist Vieh nein mit Shift G oder mit Shift L mit Shift Rechtsklick meine ich hm kann sein ja so ach komm die brauche ich doch noch hier nochmal wo willst du denn hin das hast du auch mit dem Chocobo in der Hölle gemacht ich bin durchs Portal gegangen ja und jetzt? ich wollte es dir nur zeigen Bratwurst wo bist du eigentlich? hier unten oh hi ja das backt so ein bisschen rum das backt nicht nur rum und das fliegt auch voll komisch rum ja du warst bei mir grad noch im Portal und da war das Chocobo schon hier ok ja das ist immer ein bisschen komisch deswegen ja schon dann was? ne ich flieg mal zu Chocobo damit weee Chocobo ist ja nicht ne ich weiß weit ah dann sehe ich schneller mein Homepunkt so warum bist du denn her warum bist du jetzt nicht da einfach durchgegangen irgendwo? weil scheiße durchs Portal zu gehen jetzt damit ja weil du absteigen musst ne das geht ja trotzdem aber das ist trotzdem beschissen weil das so rumbackt und im gehege landen ne rein ins gehege mit jetzt so absteigen so ihr frischt jetzt Strom auf genau hier du kriegst jetzt erstmal das da eingeschrieben du kriegst das da rein Mann ey steck doch mal ab so du darfst sagen hier ok ok doch endlich er hat es endlich geschafft so jetzt wir brauchen das funktioniert hier äh wo ist das keine Vieh? jetzt funktioniert Ast rein hier ähm bleibt stehen so nein gleich ist die Aufnahme weg nein jetzt habe ich das und jetzt brauche ich es auch nicht mehr ok wie viel Item sie durchschießen alles klar ok ja ich sehe es gerade es geht verdammt schnell hier wow cool der hat bestimmt wieder keine Seeds hier drin oder? oder? oder auch paar danach wer ist denn da rein? oh neun golden habe ich schon wieder ja diese acht kannst du davon wegnehmen so wie wäre das so? 1 stack Eierchen na das ist geil ach ja Eisen Chips jetzt brauche ich ja dafür stand ja ach 5,6 hat der noch ich wundere mich gerade warum hat der denn so wenig passt der ja ja sah gerade so komisch aus ach so na dann du siehst ja immer komisch aus also naja Bratwurst 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 ja ja du bist schon so eine Bratwurst ich mag Bratwurst ja 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 solange ich wieder zähle vom Steak hm hm ich krieg grad Hunger ja ich will essen ja vielleicht gibts was zu essen Centus ich hab vorhin schon was gegessen wusste es ja nicht Fressbacke hm blaue Kabel ja hab ich auch kaum noch welche ab jetzt Portal hm hm Koppelstern Pipes die Pipes das kann ich noch fuck hm natürlich nicht hm kein Eisen mehr drin hm fuck fuck brauche ich denn noch rot ne den brauche ich eigentlich auch nicht hast 3 6 gerade noch von den MK5 ja fast viel zu wenig ist klar viel zu wenig 3 fast 3 Stacks ja aber zu wenig ne zu wenig spinnst doch auch viel mehr davon so 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 der Hebel muss weg der kommt unten dran zack zack ja ja erlabern erlabern du mal nicht labern mehr als du ja das stimmt das stimmt dass du mir jetzt nicht schlaberst weil du ne laberbacke biest werden wir mal noch Covers machen Covers 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 weiß aber nicht ob ich auch in Quaritze noch Covers machen kann stimmt weil dann kann ich das da unten so verlegen dass das scheiße aussieht das nein dass ich da wenigstens auch nicht durchlaufen kann block auf Covers 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 achso wenn es so ist dann mach mal Light Du kannst keine Cover so ausmachen. Ne, so ist an. So ist sie aus. Und oben ist blau. Ist die Lampe an, machst du blau. Ist die Lampe an, machst du rot. Oder? Block auf Quartz cover. Oh. Ne, Quarty gibt's nicht. Obwohl mit Quartz sollte das auch gar nicht aussehen. Und mit blau machst du einfach Triggern. Ne? So, ja, wirst du wohl recht. Konnte grad nicht zuhören. Ich weiß. Du hast ja nicht zuhören. Ne, weil ich grad voll den Wirrwarr hier habe. Ich laber nicht. Ne, dann komm mal her. Okay. Dann komm mal her und erklär mir das mal. Weißt du, du checkst das auch gerade nicht. Du Faggot, alter. Ich hab keine Lust zu dir hinzukommen, du Faggot. Oh, Scope. Mhm. Doch. Ja, läuft. Passt. Selbst mit diesem Drill kann ich diese Basic Preps nicht so schnell bauen. Ja, hab ich bei diesem Clear Glass auch mit dem Drill. Dass es mal so lange noch dauert. Alles deine Schuld. Alles deine Schuld. Doch. Jetzt brauche ich ein Schild. Alles deine Schuld. Ich brauche ernsthaft ein Schild zum Beschriften. Das ist unglaublich. Ja. Ein Wunder der Natur. Ein Wunder der Natur. Das ist Zucker. Da oben ist Gysalsamen. Boah, wie schreibt man Gysal? Guck mal hier bitte. Nö. Mach mal bitte. G-Y-S-A-L. 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 H? Oder A? A. Okay. Aber das war jetzt nicht geguckt, ne? Oh, guck mal bitte. Nein. Keine Lust. Oh Mann, scheiße ist das doch. Jetzt muss ich das Schild wieder abbrechen, nur weil du nicht so faul warst zu gucken. Mhm. Hätte ich mal lieber ein H dazwischen gepackt. G-Y-S-H-L. Du wusstest das schon, ne? Nein. Ja, aber ich wusste, dass das falsch geschrieben war. Dass da irgendwas gefehlt hat. Geige, du. Du weißt, dass ich ne Arschgeige bin, danke. Das ist jetzt richtig. Das ist nett von dir, dass du denkst, ich bin ne Arschgeige. Ja, bist du auch. Oh, ich muss Zucker umstellen. Ich hab zu wenig Bambus-Samen. Bist ein Bambus-Kopf, ja.